Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gott auf Form 1 Hier sind sie gerade am Schlitzen. Ich bin da gar nicht Leute, die das letzte Schlitzen-Video bewertet haben Lasst doch auch bei den kleinen Videos einen Like da Das würde mir helfen Und freut mich immer wieder, mein Like mehr zu haben Hallo Wer kommt denn noch? Hey, jetzt dann aber auch mal Ruhe hier Das man hier noch nicht greift kann, das wäre ihnen ein bisschen schade Da braucht man, da braucht man Leben Ich habe auch bei so einem Laden Oh, fast 2 beiden Bin ich jetzt hoch? Warte ich bloß fest Aber der Herr war Das war gut Das ist noch ein Schild, ne? Boah, das war aber richtig unfair, ne? So ein geiler Leck Die haben den Schild des Zeugs zu halten Und der zweite ist wahrscheinlich dann doch da unten Hätte gedacht, da können wir gar nichts machen Das ist noch hell Muss man da von oben ran, oder? Sind wir jetzt hier fertig und können ins nächste Gebiet? Keine Ahnung Ne, dann müssen wir doch da unten Dann können wir da scheinbar von einer Seite Und wir müssen wieder bearbeiten Dann können wir aber auch vermogen Dann können wir auch mal die Himmere Wie sind denn Da Leute? Ich dachte hier ist keiner Okay. Fällt dir eigentlich ein, von hinten zu kommen? Tschau. Sag mal, was willst du mich denn mit in den Tod reißen? Was ist denn los mit euch? Tschau. Hey. Felschen. Schmauze. Guck mal. 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 Dann haben wir Syster gesheuert. Oh, das ist ja total? Das ist mal überhaupt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh mein Gott. Also da wäre bestimmt noch was zum Holen gewesen. Na ja, das war aber scheiße, bitte nochmal. Dann hau Arbeiter, Alter. Ey, 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 ey. Sag mal, was denn hieß du? Der wollte gerade noch mitreden. Habt ihr das gesehen? Was macht ihr hier? Mensch, ist doch gut. Müsst doch jetzt hier nicht alle kommen, ja? Komm doch gleich hoch. Na tatsache, komm hier, da, Alter. Boah, jetzt hänge ich hier! Und wir gehen nicht mal leben oder so. Dann schau auch ab, du Scheißharte. Also klettert man hier einmal an der Felswand rum in Ruhe. Nicht mal hier hast du dein Ruhe. Und sonst so, alles gut für euch. Und jetzt auf einmal hätte er mehr drauf aus, ne? Ciao, Alter. Genau. Aber noch ne bisschen rote. Ne? Jetzt! Jetzt greift er nicht, weißt du? So. Ja, also die rote Geste, die ruhe dich noch. Oder was auch immer das ist. Dann kleines Corona-Horror. Wird immer mal genommen. Ja. 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 Ja, ichớ gleich ein paar Haus. Ich weiß zwar nicht, was wir denn brauchen So, die Folge war zwar ein bisschen kürzer, aber ich würde die hier beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst das Like nicht und bis zum nächsten Mal. Ciao!